Jetzt haben wir hier einen ganz unscheinbaren Bauernschrank. Da meint man, da wäre nichts Besonderes dran. Aber wenn man dann reinschaut, dann sieht man, der ist ganz toll bestückt mit lauter Penninger-Spezialitäten, mit Blutwurz, mit Bärwurz, alles ist hier herinnert. Und ich würde fast sagen, sowas sollte eigentlich jeder daheim haben.